Einen wunderschönen lieben Alliallöchen und herzlich willkommen zurück zu Perlworld. Ja, das Game lag wieder wie scheiße. Jedes Mal, wenn ich rauszabe, irgendwie passiert das. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist ultra nervig. Es ist ultra nervig. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu diesem Schnellreisepunkt. Und da greifen wir jetzt nochmal diesen Gegner hier an. Schauen wir mal, vielleicht wird es wieder besser, wenn nicht, muss ich das Game eventuell mal neu starten. Ich glaube, es wird besser. Ja. Looking good, looking good. Also, Bosskampf teilnehmen, Alli Miller, let's go. Und diesmal killen wir den Dude, den Markus. So. Ey. What the fuck? What the fuck? Ist er jetzt eigentlich, wenn wir so fett Damage machen können, ist es ja nicht so schwer, ne? Irgendwie ist er jetzt aber auch allgemein viel leichter. Oder kommt mir das nur so vor? Wo ist er? Ja, da ist er, der Boy. Okay. Aber wir bräuchten irgendwie einen Perk, dass wir schneller nachladen können, ne? Das ist schon saulästig, dass wir so lang zum Nachladen brauchen, auch. So. Okay. Come, let's go. Jawoll. Ich glaube, dass der Dude, dass der jetzt wirklich verpackt ist, weil wir den gefangen haben. Aber das ist schon echt strange jetzt gerade. Ich habe das an, der bewegt sich ja jetzt gar nicht mehr. Okay, das ist echt komisch. Das ist ja richtig strange. Wir haben keine Muni mehr? Ja, äh, scheiße. Ich glaube, ich habe die Muni weggepackt. Also verschossen, glaube ich, haben wir die nicht. Ich glaube, ich habe aber die Muni weggepackt. Ey. 2400 Damage, ne? Das ist okay. So. Naja, gut. 2300. Da sind 100. Das wird immer weniger. Was ist da los? Alter, Helzi. Helzi, der Helzi macht aber auch wenig Damage, ne? Helzi, jetzt komm. Let's go. Loy. Ja gut. Und jetzt? Na gut, eigentlich kann man ja so. Ja, so. Aua. Komm, let's go. Let's go. Was ist jetzt los? Hey. Hey, bleib hier. Wir wollen dich farmen. Bleib da. Aber warum ist er jetzt so low? Ist es echt, weil wir ihn gefangen haben? Es kann wirklich sein, ne? Ja, doch witzig, wenn wir die beiden gegeneinander kämpfen lassen würden. Das wäre doch Pony. Da. Ist am eigenen Ding festgegangen. Oh, oh. Ach, halt. Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Alter, der Feuer-Damage. Der Feuer-Damage ist ja so dumm, Junge. Er ist ja so dumm. Ach, komm. Ach, komm. Oh, Junge, willst du mich verarschen, ey? Der fucking Feuer-Schaden, Junge. Jetzt müssen wir die Scheiße nochmal machen. Oh, Mann. Leck mich doch am Arsch, ey. Ey, gar keinen Bock jetzt, ne? Kack nochmal, ey. Mann. Warum der Feuer-Damage? Wie dumm. Das mit dem Feuer-Schaden ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Wo ist jetzt unsere fucking Muni, Alter? Hier. Es gibt es doch nicht, dass wir keine Muni mehr haben. Ich kann doch nicht echt weg sein. Digger, jetzt haben wir auch... Scheiße. Scheiße, Mann. Alter, wie breche ich das jetzt ab? Der brecht es nicht ab. Alter, es ist beschissen. Ich will es abbrechen. Junge. Alter, es ist dein fucking Ernst. Digga, hört doch auf jetzt. Ja! Und es zählt einfach nicht. Oh, Mann, Alter, was für eine Scheiße, das Game. Also, die haben da echt noch viel vor, ne? Die haben noch richtig viel vor, dass sie da was machen. So, wenn wir jetzt dahinter gehen, macht es das auch automatisch. Okay. Dann, wir transportieren die Scheiße wenigstens gleich ab. Das ist okay. um gewährmonie gewährmonie ich frage mich echt wo das hingekommen ist es mir wirklich ein rätsel das lager ist leider dumm leute das lager ist wirklich dumm schade das ist richtig schade ja gut das dauert ewig bist du fertig sind da sind wir zu hochgepft 60 es legt wie scheiße junge das leckt wirklich richtig wie scheiße ok auf ein neues auf ein neues aber das ist immer hier das länger ist immer hier so jetzt kommen aber jetzt ficken wir ihn aber wirklich weg den kleinen affen aber der lässt er uns wie den affen aussehen ich glaube wir sind eher der affe in dem fall ich glaube wir sind darf teilnehmer ali müller jawohl hello marcus nice to see you and kill you again okay cynics okay da hält sie jetzt komme ich das nachladen ist ultra nervig es ist ja auch alles gut so lange wenig brennen also nur das brennen macht der so viel schaden deswegen sei es ist echt nicht balanced also keine ahnung was die machen aber warum bei den sich so einem boss weit ist doch strange das ist doch das mit das erste was ich mache wenn ich schon boss draußen habe dass ich den boss fight richtig macht also ich verstehe das balancing nicht warum bringen die einen great boss raus und alles aber haben nicht die normalen bosse erst mal richtig gebalanced aber das ist ja das ist ja es ist ja kein skill so es ist ja nur aushalten zeitverschwendung wie es ich aber auch hier nennen und zwar wirklich zeitverschwendung und dann musst du halt hoffen dass du nicht verbrennst so was das hat ja nichts mit skill zu tun das ist ja nur langweilig einfach also ich finde sowas ist nicht spannend so ich will einfach nur dieses scheiß tutorial da oben weg haben dass wir die pals wieder sehen wie die ausbrüchen sonst würde ich das gar nicht machen aber wir haben ihn schon gefangen scheiß drauf bloß dass wir diesen turm nämlich freischalten wofür denn bringt ja nix es bringt ja literally nichts außer dass das scheiß tutorial uns da nicht mehr die sicht versperrt und deswegen ist irgendwie kein ansatz für raid bosse also keine ahnung es gibt keinen richtigen blut in den kisten ist der scheiß drin du hast nicht über 20 du hast nicht irgendwie keine ahnung dass du krasse rüstung oder so kriegst deswegen habe ich ja auch die tanga mott und so drin weil es gibt keine krassen rüstung es gibt bloß diese hässigen pallium rüstungen und die anderen die noch ästlicher sind und das war's jetzt stellt euch mal vor es gäbe so was mit die lich king rüstung alle will ich mir instan holen also wenn du da draußen modden kannst bitte macht mir die lich king rüstung und rostmann ich würde mich ja ultra hart freuen also wirklich jetzt aber so es fehlt wirklich echt noch viel in diesem game wirklich jetzt digga er kann durch die wände schießen mit dem feuer wie dumm wie dumm ist das denn junge weiter die hitboxen richtig strange nicht dein ernst ach komm ach komm digga ist es dumm alter und du kannst nichts dagegen machen du kannst nichts dagegen machen es ist so bescheuert alter wirklich es ist so bescheuert verstehe ich nicht was soll die scheiße man alter ja genau wir waren noch nicht drin gestanden was ist das für eine hitbox wenn du außen rum bleibst du bist trotzdem getroffen warum wer macht solche hitbox wer design solche files also leute wir haben jetzt millionen verdient mit power und kriegen das nicht hin das ist doch das erste was ich mache wenn es um raids geht wirklich also die ki und das reward system ist schon wirklich noch mal richtig schlecht also da müssen die echt ziemlich bald was machen weil ich verliere echt ziemlich schnell hier die lust auf sowas dass ich dann überhaupt bosse machen aber wie gesagt ich mache es ja echt nur ich mache es ja tatsächlich wirklich nur weil dieses tutorial im weg ist kann ich nur wieder betonen das ist der einzige grund warum ich diese bosse macht sie sind nicht spannend die bosse es gibt nicht wirklich irgendwelche weiß nicht cut scenes es gibt alter es gibt es gibt kein loot es gibt kein ausrüstungssystem außer so ein scheiß hut also keine ahnung das ist letztlich bloß weil es mir die sicht versperrt und das ist doch kein ansatz für ein raid boss oder vier bosse alter ernsthaft also ich finde das ist kein guter ansatz er hat uns wieder getroffen die hitboxen sind so bescheuert alter nein gott schaffen wir sitzt nicht oder was ist los digga digga wir treffen nichts digga warum die sind so scheiße designt junge nein 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 Ach, Mann, ey. Alter. Alter, schaffen wir das jetzt nicht? Warum schaffen wir das nicht? Wir haben ihn doch schon besiegt. Warum ist das jetzt so schwer? Warum ist das jetzt so schwer? Alter, ich verstehe es nicht. Oh Gott, das wird knapp. Hä, aber ich checke es ja wirklich nicht. Wir machen doch Maximum Damage die ganze Zeit. Wie kann uns der jetzt wegficken? Digga. Also verstehe ich nicht. Helzi macht, glaube ich, einfach kein Damage mehr, oder? Alter. Es wird echt knapp. Es wird wirklich knapp. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Da, und die Attacke bringt irgendwie auch nichts. Manchmal zählt, obwohl man noch drin ist. Manchmal zählt, obwohl man nicht drin ist. Das ist so strange. Also ich hoffe wirklich. Er hat Helzi gekillt. Willst du mich verarschen? Wieso hat er Helzi gekillt? Alter, endlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Super. Und dann kriegst du fünf Antik-Technologie-Punkte. Also es ist schon wirklich sad. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ja. Was ist jetzt los? Alter. Das ist schon echt bescheuert gemacht. Also da würde ich mir... Jetzt kommen wir nicht mal weg hier, ne? Das ist das dumm. Da würde ich mir... Lager haben wir da. Wir müssen jetzt hier hoch und... Absolute Nullpunktzone. Hey, jetzt warte mal. Wir müssen... Krieger der Perl-Freunde zum Eis-Grad. Ach, das hier. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal. Dann schnellreise. Jawohl. Einmal hier. Lager. Jawohl. Gehen wir da schnell hin. So, hier. Lager-Management. Dann tun wir uns an Helzi hier wiederbeleben lassen. So, und jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn noch sonst? Weil wir haben... Wir müssen doch die mal irgendwie... Ich weiß nicht. Wir haben noch keinen richtig besonderen Perl, finde ich. Also die sind alle irgendwie so... Mäh. Wenn man sie jetzt schon so lange hat, ne? Ich würde jetzt nicht niedermachen, aber... Weiß ich nicht. Es gibt keinen fetten Drachen und sowas. Dann hier der Garados. Die sind ultra schlecht. Also keine Ahnung. Ich habe einen Boss-Ragnarok... Hä? Wieso haben wir einen Boss-Ragnarok ausgebrütet? Das ist ja wild. Das ist ja wild. Das ist ja ultra wild. Dann lassen wir den nochmal hier rum. Garados, den lassen wir hier, glaube ich, auch rum. Aber sonst sind die alle irgendwie richtig Lecklaster. Also ich wünschte, es wäre anders, aber irgendwie... Hör mir das an. Die sind alle irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum. Aber muss man die alle irgendwie so schlecht machen? Können die nicht mal irgendwie... Weil sie nicht gut sein? Oder so? Ich weiß ja nicht. So, unseren größten Fan, wenn wir mal hier rum... Lungen... 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 Der Rappelsep, den gibt es ja auch noch. Hey, Rappelsep, servus. Siehste Rappelsep. Ah, ha, 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 ha. Geil. Äh, okay. Ja, sagen wir mal, die Scheiße hier wieder ein. Vielleicht ist es tatsächlich auch der Grund, warum unser anderes Zeug so leckt. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Weil es war ja vorher schon da. Der Leck, bevor wir die Base überhaupt gebaut haben. Das ist unsere Hauptbase. Unser Hauptspaßlager, leider. So traurig. Ha, what? Digga, was? Alla, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Alter, das ist ja nicht mehr normal. Ich habe mir auch gar nichts aufgesammelt, die Säcke. Schau mal, wie viele das sind. Alter, jetzt bin ich ja echt gespannt. 58, ja? Alter, satisfying. Satisfying. 127, okay. Schau mal, wie viele wir insgesamt dann haben. Bin echt gespannt. 158. Sind nicht ganz fertig. Fetsch. Nein, ist mal weg. Ach, Mann, ey. Ach, komm, dieses Game. Also, ich glaube, dass wir echt 200 oder so hatten. Ich kann mir echt gut vorstellen. Ja, wir können ja einfach reinschauen. Oder 79. Ja. Ja, krass. Richtig krass. Ah, hier haben wir die Milch. Ach, das sollen sie ja eigentlich nicht da reinpacken, ne? Beides nehme ich mal mit. Was haben die da rein gepackt? Ja, die Bären. Das ist okay. Das ist tatsächlich okay. Hallo? Worum hängen wir hier? Ja gut, dann packen wir mal das Zeug hier drüben hin. Ah, 115. Sick. Zufällig, oder? So, das packen wir auf jeden Fall mal da rein. Ja, wobei, ich glaube, die Spiegel eilt das nicht mal mit, weil die halten ja länger satt. Das passt. Das passt auch. Okay. So, die machen hier brav weiter. Schön. Ja gut, dann können wir eigentlich. Ja, wobei. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif. Oder? Die Minuten. Ja, liebe Freunde, aber wir schauen... Alter, weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen die Quiebeln mit in unseren Dingen, oder? Was ist denn Quiebeln? 300. Jetzt bin ich enttäuscht. Naja. Okay, liebe Freunde, wir machen eine neue Fall. Was ist er wieder für einer? Garados. Macht Garados wieder. Feuerwürmchen haben wir da. Wo ist denn Garados? Oder hier... Äh, da. Naja, ist auch nicht so gut. Egal, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen eine neue Folge. Und damit wünsche ich dir noch eine wunderschöne Nacht. Einen wunderschönen Tag, was sonst bei euch ist. Haut rein, bleibt anständig. Und hey, mal echt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich nämlich ultra interessieren. Was gibt es bei euch, bei Pelvolt, was euch richtig auf den Keks geht? Wo sagt er wirklich so, alter, das gefällt euch gar nicht, beziehungsweise, das möchtet ihr ändern. Beziehungsweise, äh, allgemein. Lasst mal mal so eure Gedanken teilhaben, ob ihr da mir, äh, zustimmt, wenn ich da sag, so, dass das und das scheiße ist. Dass sie das und das ändern würden. Würde mich nämlich brennend interessieren. Dann rollen wir den Charakter fürs Outro. Und zwar episode 6 bis 4 bis 4 bis 5 nicht. Bis zum nächsten Mal.